Ich nehme mir nur mit klaren Gedanken an den einfachen Gelegenheiten, wie man es umgeht. Es ist ganz so einfach, wie das genau funktioniert ist, wie man auf all den Piloten die entwickelt hat. Wenn man die Ideen zusammenarbeitet hat, aktiviert man auch ein Antrieb in dem Gelegenheiten. Wenn man sich vorstellt, die Hand zu bewegen, dann hat man das Verständnis. Und die Technologie von dem Gelegenheiten, die wissen, wie man die Antrieb hat, und die Technologie von dem Gelegenheiten vorgestellt hat. Wie können Sie das practiceieren? Ich bin nicht sicher, aber die Menschen wissen, dass es nicht so ist. Sie practice das in einem sehr unterschiedlichen Weg. Wie können Sie das practiceieren? Wir sind gespannt, denn es geht gleich los in der Nachbarn und in der Nachbarn. Die sind sehr wichtig für die Organisation des intervals in Frechließlich. Bei beiden Schulen präsentieren die einzusit Little School. Für den Markt in der Stadt erstellen solche Erwerbe者 mit der quantifikation. Aufgrund 2 des SP ADAMS. Aufgrund 3 des SP ADAMS ist sehr wichtig. und die Karte war hier zum Verwalt zum Markt aus Kai-Wand. Und wir werden hier im Nachhinein ausbrechen. Und wir werden hier im Nachhinein ausbrechen. Und wir werden hier im Nachhinein ausbrechen. 3, 2, 1. Die Knoten müssen also drei verschiedene Signale auszenden und einmal keines. Diese Signale wird in Rotation, Springen oder Rutschen. Diese Signale wird in Rotation, Springen oder Rutschen. Das ist ein Signal vom System von Rotation, Springen oder Rutschen, Springen oder Rutschen. Das kann so ein Problem zusammenfassen zwischen 40 und 70 Jahren. Im Moment, wo der Atleta denkt, bis das Verarbeiten des Normandes hat. Diese Teilnehmenden sind vom Hause an abwärts vollständig beeinträchtigt. Ihre Handlungsfähigkeit erlaubt sich einzig und allein mit ihrer Hirnfähigkeit. Das bringt natürlich ein wahres Potenzial. Können wir uns jetzt in der Tat an die Gesellschaft? Genau, also die Vision ist, dass man diese Technologie direkt zusammenringen mit den anderen Technologien, wie wir hier sehen. Wir sehen, dass man z.B. diesen Gedanken bei Rotation steigen kann. Und diese steigen kann. Aber wiederum, wenn ich zu sagen, ist das nicht. Wenn Sie uns zu einem Gedanken Vorgang kommen, auch wenn Sie in der Kirche mit Rotation gehen, wenn Sie in der Kirche mit Rotation gehen. Jetzt haben wir noch alles, was wir anziehen. und dann haben Sie in der Kirche mit Frauen eine neue Kirche mit Rotation auf. Das ist ein paar Minuten. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.